Was für eine unheimliche alte Ruine. Aber wenn der Boss sagt, hier ist irgendwas, stelle ich keine Fragen. Ziel gesichtet. Oh, seht mal, der Jedi. Du solltest nicht hier sein. Nein, nein, zu nah. So witzig es ist, gegen etwas kämpfen zu können. Ravis wäre wohl nicht begeistert, wenn du näher kommst. Also verschwinde, Jedi. Riegel den Weg ab. Niemand kommt hier durch. Nicht bei dieser Jedi abschauen. Ziel ist ein Fechler. Genau. Wir sollten melden, dass wir ihn gesichtet haben. Ich würde ihn am liebsten selbst töten. Aber vor Ravis will ich mich nicht rechtfertigen. Oh, seht ihr. So, moin meine lieben Jedi-Wölfe. Ich bin's wieder. Euer Cooper, der liebe Jedi-Wolf. Mit unserem guten alten Kill the Cestis. Ähm. Und ich weiß mal wieder nicht, wo ich so genau hin will. Oder wo ich hin muss. Oder. Ich meine, das Ding da sieht sehr verdächtig aus, ne? Findet ihr nicht? Könnte ein guter Ansatzpunkt sein. Jo, irgendwelche Knöpfchen da hinten drücken kann ich nicht. Also. BD, was sagst du? Gehen wir mal rauf. Oh. Oh. Interessant. Äh. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich den Sprung schaffe. Aber ich kann es versuchen. Ähm. Ähm. Okay. Warte. Zack. Ja, so. Lenkung mal kurz wieder eingeübt. Nochmal. So. Jetzt habe ich mich warm gesprungen. Und ich springe nicht weit genug. Okay. Das heißt. Warte mal. Das Ding wird Leuchelblau, ne? Hehe. Ich kann da draußen eine Schaukel machen. Ja, so sieht das Ganze doch schon besser aus, oder nicht? Oh. Äh. Ja, es hört aber auch schon wieder auf zu schaukeln. Ich glaube, ich muss nochmal kurz zurück. Oh. Hoffentlich habe ich den Sprung. Ja, ja. Ach. Alles easy. Alles easy. So. Und hopp. Ui. Oh, jetzt bin ich fast rüber gesprungen. Äh. Ne, verdammt. So komme ich da nicht ran. Äh. Wartet mal. Hopp. Ja, geht. Also springen muss ich trotzdem noch. Gut, gut. Äh. So. Und wo muss ich jetzt hin? Ähm. Da lang sieht schlecht aus. Das da könnte besser sein. So. Und dann. Äh. Warte. Da will ich runter, Mann. Hallo. Ho. Ho. So geht das also. Zack. Zack. Ähm. Oh. Oh. Ey. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. So. Aber wir haben es geschafft. Ich bin noch in Ordnung. Ich bin nicht abgestürzt. Ich bin nur einmal abgestürzt. Aber sowas muss ja bei jedem Start meines Jedi Survivor Videos sein. Das ist ja irgendwie schon Standard geworden. Und ein Patzer brauche ich ja. Ansonsten ist das nicht mein Spiel. So. Ähm. Ich nehme an, dass das Seil zu weit weg ist, als dass ich es mir ranholen kann. Also zack. Springen wir mal los. Machen. Schwingi. 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 Oh. Oh. Und ab dafür. Die armen Droiden. Oh. Sie waren jahrhundertelang ungestört. Bis die Red kamen. Die Böses. Ne? Mit denen müssen wir uns auch noch mal ernsthaft unterhalten. Und denen mal erklären, dass das so aber nicht geht. Nee, nee. Hey. Ein Leuchti-Raum. Äh. Was ist denn hier Schönes drin? Hallo? Darf ich durch die Tür? Tür verschlossen. Einbahnstraße. Nein. Ja, genau. Darf ich nicht. Hast du was gefunden, BD? Okay. Ich. Ei, ei, ei. Äh. Wer bist denn du? Ach ja? Versuch's doch mal. Hör auf dich zu wehren. Ich wollte dich doch noch anziehen. Zack, zack, zack. Aua. Der wird sich aber immer. Was bist du denn für'n Dickie? So. Dann schubs ich dich eben. So, was ist? Bawolix. Bäh, bäh, bäh. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Bist du im Verhältnis? Ey, du, guck mal. Ey, das ist irgendwie ein Brocki. Da will ich herkommen. Okay. Machen wir sein, der ist so. Und jetzt. Wui, zack. Wui, zack. Das war's denn wohl. Ähm. Der war müde und musste sich schlafen legen. Oh, Mann. Immer dieser Froschi im Hals. Spezialanfertigung. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Der wird... Haben wir ihm jetzt sein Lichtschwert geklaut? Wui, jetzt haben wir auch so'n Lichtschwert. Und was bringt uns das? Willst du das ausprobieren? Äh. Parierer... Parier-Stangen-Kampfstil erhalten. Kel kann jetzt im Kampf des Parier-Stangen-Kampfstils einsetzen. Der blablabla-Kampfstil ermöglicht langsamere und wuchtige Angriffe. Und, ja, äh. Okay, ich hab damit die Möglichkeit, Verteidigung zu durchbrechen. Ah, okay. Das hat der wahrscheinlich auch eben grad bei mir gemacht. Deswegen kam der durch meine Abwehr durch. Aber okay. Äh, ich will aber meine... Ich will meine Zwei-Schwerter-Technik wieder haben. Ah, okay. Ich... Ja, gut. Dann muss ich das Ding wohl jetzt gerade erstmal benutzen. Dann bin ich wohl irgendwie zu verpflichtet. Ja, bitte. Da können wir uns gleich drauf. Ich möchte erstmal... ...hier schauen. Wo war's das jetzt? Also gut. Ach so. Ich zeichne die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Noch eine Erinnerung. Die müssen wir öffnen. Zack. Lass mich... Ich vorhin grad zeigen. Lass mich raten. Dahinter sind noch ein paar Waders. Zack. Wursch weg. Boah, also... Okay, das Ding hat schon was. Es macht ordentlich Demi-Damage. Und... Bam. Bam. Äh... Wuchtet auch gut durch... Ey, hallo. Ich seh nichts. Wieso bin ich hier so doof in der Ecke? Was ist los hier? So weg damit. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Zahn. Bam. Und weg. Äh, es durchbricht halt auch die Verteidigung und Blocks. Aber es ist langsam. Es ist echt langsam. Also einen schnellen, agilen Kampfstil kann man damit nicht unbedingt groß führen. Aber man hat eine gute Durchschlagskraft. Okay. Jetzt habe ich es anscheinend genug getestet. Jetzt darf ich auch wieder wechseln, wenn ich will. Gut. Okay. Ja, äh... Aber irgendwie kann ich jetzt gerade nur zwischen den beiden hin und her wechseln. Okay. Äh, da brauche ich einen Speicherpunkt, um das wieder zurückzuwechseln, dass ich meine zwei Schwerde habe. Ja gut, dann bleiben wir eben nochmal kurz bei dem hier. So, wo geht es denn hier jetzt lang? Oh, wenn ich die öffne, dann gehe ich doch wieder zurück. Äh, da geht es zur Mentes. Warte mal. Sind wir hier schon fertig? Ich kann mich irgendwie nicht vollziehen. War das wirklich schon das Labor? War das denn da ein Sprecherpunkt in der Mitte? Also Meditationspunkt, äh? Egal. Ich kann auf jeden Fall, ähm, 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 auf meine, meine Zweischwerter-Technik wieder zurückgreifen. so wo ist es denn kampfstile kampfstile habe ich da oder habe ich schon kein punkt habe ich nicht so kampfstil wechsel so ich möchte nie warte mal das möchte ich nicht den blaster wollte ich eigentlich schon drinnen behalten ich möchte den wechseln und da möchte ich wieder meine zwei schwere haben ich habe den blaster zwar noch nie bin oder kaum benutzt aber gehen wir halten möchte ihn trotzdem drin irgendwann möchte ich noch mal lernen richtig zu benutzen so denn bitte wir düsen mal wieder hoch das war ziemlich schön dass er zurück nach jada bringen meister kordova wir bestimmt sehen was wir gefunden haben ja hey hallo ich hätte gerne gesehen wie du früher auf bracker schiffe ausgeschlachtet hast ich muss das jetzt damit zu tun interessante konversation ich gehe ja egal trotzdem naja gut gris hast du noch irgendwas zu erzählen ein gutes gefühl wieder im cockpit du hast die mantis vermisst was klar ich war besorgt was für schlimme sachen du mit jahren stellst ich doch nicht versteht mich nicht falsch ich vertraue euch beiden aber ich wusste dass du mit ihr zu gefährlichen als wir noch alle zusammen waren wusste ich wenigstens dass es mein fehler war wenn ich uns in ein asteroidenfeld geflogen habe na dann du darfst gerne loslegen und so viele fehler machen wie du möchtest wer hat die mantis gleich noch mal in der baggerschlucht zum absturz gebracht bloß kein gris erger der hat der hat halt seinen stolz der hat seinen stolz er so genau und wir müssen jetzt zurück nach jeda wir müssen jetzt cordova was zeigen also genau und was wird denn als nächstes unser erzielen kann cordova was mit der tech anfangen die kerl gefunden hat ich kann es kaum erwarten sie er wieder zu sehen ich schulde ihr viel sie hat mir die kredits für das teil uns vorgestreckt wie viel schuldest du ihr gris 2000 kredits sommer sommer um vielleicht koche ich um apel uns berühmte für 2000 kredits muss das aber eine echt gute so sind wir fertig hier mit unserer haltung sind wir denn auch gleich da also kann ich weg gehen schon wollen wir landen ich wollte kratten müssen noch auf die nüsse gehen mann ey was soll das wir sind da wir landen aber diesmal dürfen wir gleich im hangar landen ja ok aber nett müssen wir nicht erst noch durch die wüste schlabenzeln so und wir das jetzt kommst du nicht mit mir gris ich komme nach muss noch auf der mentis bleiben und die diagnostik prüfen wenn etwas repariert werden muss werden wir die anakureten sicher gerne helfen nein danke ich will diese spinnen nicht auf meinem schiff hau ich mag lieber alles alleine ist ja schon klar so und was ist jetzt mit diesem riesen tor da hinten kann ich das irgendwie öffnen will ich das überhaupt öffnen kann ich nicht darf ich nicht will ich eigentlich auch nicht ich muss ich muss zu kordova aber ich wollte mich zumindest hier noch mal wieder ein bisschen umgucken aber hier haben wir immer noch unser trainingsplatz wobei training mit einem unbeweglichen ziel ist irgendwie nicht spaßig also hallo ich bin wieder zu hause wer noch alle anscheinend hallo mehr wissen wir dass es sicher ist wir können das nicht wissen die ressourcen des netzwerkes sind dünn gesät und einige örtliche anführer sind nicht bereit die risiken zu akzeptieren wie können wir sie überzeugen viele fürchten dass sie durch das aufnehmen von flüchtlingen ins visier genommen werden du bist zurück hast du irgendwas ja 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 habe ich habe ich habe ich gut das hat kordova sicher darf ich denn jetzt auch endlich mal mit ihm sprechen hallo da guck mal da habe ich gefunden ein außergewöhnliches gerät das hier ist womöglich ein duplikat beide wurden beschädigt durch lichtschwerter ich weiß nicht diesmal könnte sie reparieren ich weiß es nicht doch ich werde es versuchen meisterin gender das imperium nähert sich der pilgerzuflucht ein stoßtrupp nein ein ausgrabungsteam gut dann wissen sie nichts von dem unterschlupf noch nicht unterschlupf versteckt in den ruinen hat die evakuierung begonnen ist bereits im gange aber bruder amias antwortet nicht amias hat die kommunikationscodes wenn sie ihn ergreifen könnte der gesamte versteckte pfad in gefahr geraten ich kenne die ruinen ich gehe ich komme grad sagen dürfen wir mitkommen ich bleibe lieber hier ich würde gerne einen süßen hintern frei halten bringt amias zurück machen oder hast du was dagegen keine helden taten mit ihm hier kann ich nicht ich schätze sie hat nicht gemeint ich glaube du warst gemeint ist das versteckt weit weg nein aber wir brauchen einen sparmel um hinzukommen sie sammeln sich in der nähe der basis das heißt wir müssen uns schon wieder entspannt nähe holen okay aber egal ich gehe jetzt erst mal in den feierabend denn ich habe jetzt für erst mal genug gemacht so ja irgendwas wollte ich euch gerade erzählen und jetzt ist mir das entfallen ich bin halt wie immer der altgewohnte schlüsselwolf ich hoffe ich euch hat heute wieder gefallen bin ja bis ihr ja positive bewertung da lassen und auch nicht vergessen kommentare schreiben und wenn ihr noch zeit dazu habt ihr das noch nicht getan habt könnt ihr auch noch den kanal abonnieren locker aktivieren um nichts mehr zu verpassen alles kostenlos also fleißig unterstützen nehmen und wir sehen uns im morgen wieder allerdings komme ich morgen mit minecraft zurück und zwar bin ich wieder auf meinem one blog eigentlich hätte creator chaos kommen sollen aber aufgrund einiger diskrepanzen um es mal ordentlich auszudrücken brauche ich noch ein bisschen länger für den schnitt also ich wünsche euch was guten start in die woche und au o bV